Dann habe ich noch die Zusatzfrage vom Herrn Abgeordneten Riemer. Bitte, Herr Abgeordneter. Herr Präsident, Herr Bundesminister, Österreich bezieht sein Trinkwasser zu 100% aus Quell- und aus Grundwässern, also aus Trinkwasser. Österreich ist also adag, das ist ein wesentliches Lebensmittel. 5.500 Wasserversorger garantieren das auch. Das Landwirtschaftsministerium, muss ich sagen, ist ja positiv, wendet auch jährlich 300 bis 370 Millionen Euro dafür auf. Das ist ja was Positives. Ein Problemkreis ist auch Thema Konsument, Thema Bäuer, Kleinbauern, die wir haben. Das ist ja bedauerlich. Was machen wir? 2013 wurden 10.728 Tonnen Pflanzenschutzmittel aufgebracht. 2014 11.325 Tonnen und 2015 12.928 Tonnen. Ich gehe davon aus, 2016 wieder 600, 700 Tonnen mehr. Eine Frage, sehen Sie da eine realistische Chance oder wie kann man das reduzieren, die Anzahl von Pflanzenschutzmitteln auf Österreichs Böden? Herr Bundesminister. Also ich habe schon in meiner vorherigen Beantwortung eine detaillierte Übersicht über den Einsatz von Pestiziden in der österreichischen Landwirtschaft dargelegt. Einen deutlichen Rückgang, auf den ich hier verweisen konnte, der zeigt, dass unsere Maßnahmen der flächendeckenden Ökologisierung der österreichischen Landwirtschaft, insbesondere mit dem Agrarumweltprogramm tatsächlich Wirkung zeigt und es einen deutlichen Rückgang auch vor allem durch den integrierten Pflanzenschutz gibt, weil einfach die Produkte auch treffsicherer sind und daher auch nicht mehr in der Menge eingesetzt werden, sondern dort, wo es erforderlich ist, um die Pflanzen entsprechend vor Schädlingen beispielsweise zu schützen. Vielen Dank.